So Leute, wir sind wieder da beim fröhlichen Haus von Mara, die im Rennen machen will, weil sie nichts besser zu tun hat, die ehemalige Rennfahrerin. Letzter Part, ja, ich war ein bisschen wütend. Es tut mir auch leid, aber es musste sein, wirklich. Weil, nö. Oh je, ich sehe jetzt schon, das wird ein ganz schönes Wartespiel hier. Oh, verdammt. Was? Okay, nee, ich reg mich hier auf, nö, nö. Ich reg mich hier nicht auf, nein, das ist ganz egal. Der ist doch voll Wurst, ich hab doch was gemacht, aber egal. Ich reg mich hier nicht auf, nein, keine Sorge, nee. Ich mach hier nichts falsch, nö. Gummirchen, schnell. Yeah. Headbang enter. Ah, geschafft. Wow, ist gut und lange geht's verdammt gut. Oh, sie rein, ich hab jetzt irgendwie Mitleid mit dir, aber nur wenn sie keine blöden Level mehr hat. Oh. Aber nur irgendwie. Es gibt einen branden neuen Level. Woohoo, yeah. So, yo. Let's do this. Komm, ich verstehe eins. Sie ist Sportlerin, aber hat aber einen Fernseher. Oh, Zug. Love Train. Zugmotiv. Love Train. Alle einsteigen in den Love Train. Na, wer kennt die Stelle? Pilzfeld, dritte Welt, yeah. Oder? Nein, das war die zweite. Nein, das war dritte, zweite. Nein, dritte. Ich wollte schon sagen, wenn es jetzt zurückgeht, dann werde ich wütend. Nee, nee, ich werde nicht wütend. Oh. Okay. Äh, interessant. Weee, eins, zwei, hoch. Woppa. Und weee. Oh nein, mit den Pilzen. Oh. Das kann eklig werden. Aber richtig eklig. Oh, oh. Oh, das muss ich ausruhen, gut. Wow. Und rüber. Und, oh. Wow. Wow, wow, wow. Nein, falsche Richtung. Scheiße, nein. Oh. 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 Ich bin gleich da. Oh. 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 Ich wollte schon sagen, Kirby. Fass mal an. Kriege ich die Pern da unten? Ja, die kriege ich eigentlich, aber die werden eh nicht gezählt. Von daher egal. Okay, die Level wird ja gut. Yay. Es gibt ein Brandner Level. Bitte vierte Welt. Bitte vierte Welt. Wobei, die vierte Welt. Oh Gott, die vierte Welt. Oh nein, da war der Wasser Level. Will der unter Wasser nach dem Reviert trennen? Ich weiß das Skript gar nicht. Wir bekommen... Braunbärkotze. Braune Sterne. Ich war nah dran. Speichervorgang. Bitte bestätigen. Ich gehe durch. Oh, schade. Zuckerpark. Nein, wir werden immer noch mit Zucker-Schock zugeschockt. Vor allem Zucker-Schock zugeschockt. Ja. Ja. Wobei... Oh, das war noch ein nerviges Level. Man konnte hier runterfallen. Und wir wissen ja, Angie will sie ja nur... Sie will ja nur das Gute von uns, aber... Sie macht auf dem falschen Weg. Wow. Wow. Epic weggesnipert. Das war leider mit dem Waddle-Di, aber egal. Oh nein. Ja. Ich bin eigentlich noch ausgewichen, aber naja, egal. So. Oh, jetzt muss ich rausruhen. Schön. Nein. Äh, drüber. Äh. Oh nein. Nein, Wackelpudding. Oh. Wackelpudding auf du. Oh nee. Ich hasse diese Wartestellen. Warum tut man sowas? Warum soo? Warum? Lass mich raten, ich muss da nach oben, ne? Wow. Äh. Nee, muss ich nicht. Also ja. Aber nicht so, wie ich gedacht habe. Nein. Na. Oh ja. Wackelpudding. Wackel, wackel. Wackel, die Wackel. Wackelpudding. Noooon. Ich fände es lustig. Wenn eine andere Schale steht, dann sind sie am weinen, aber sie freut sich. Na gut, sie hat ein Rennen gewonnen, aber. Oh, ich hasse es so sehr. Nee, sorry. Es ist einfach so. Ich meine, ich brauche jetzt ein, ich habe einen einzigen Part für alle Minispiele der anderen gebraucht. Na gut, es war nur eine Welt, aber dennoch. Und Mara, die kennt keine Grenzen, die denkt sich so, oh, ich muss sich in die Nachbarschaft mit einbeziehen. Ich muss ganz viele Minispiele, die jeden auf dem Keks geht machen und ich komme die Leiter nicht hoch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja, 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 das war so klar. Wenn ich springe, dann kommt der Wackelpudding. So, schnell rüber. So. Schnell. Oh. Wackelpudding, warum? So, schnell. Oh, gut. Geschafft. Moment. Abwarten und. Öpah. So, Wackelpudding, komm runter. Danke. Oh. Ey, wie ich hier die Abkürzung nehme und einen ganz minimalen Vor... Nein. 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 Warum? Nein. Ja. Was? 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 Wie der Wackelpudding, mich verarscht. Statt. Ey. Was? So, Henke. Du darfst hier keinen Fehler leisten. Das war wie in der Wüste. Ey. Warum? Warum tut man sowas? Vor allem in der dritten Welt. Wir sind erst in der dritten Welt. Yo. Alles klar, Mara. Dritte Welt. Du weißt schon. Dritte Welt war zuckersüß und so. Du warst ziemlich bitter. Das ist richtig bitter. Weg. Und. Oh, Mann. Kirby. Geht doch aber die Leiter hoch. Lass mich raten. Sie ruht sich nur hier aus, ne? So. Schnell rüber. Oh. Nein. Egal. Nein. Kirby. 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 Don't do shit. Nein. Oh. Wackelpudding. Okay. Sie ruht sich auch hier noch aus. Schnell rüber. Bevor Wackelpudding kommt. Oh. Oh. Verdammt. So. Wackelpudding, komm runter. Komm runter. Komm runter. Danke. Schnell. Oh. Oh. So. Donut. Komm her. Wow. Sie kommt schon. Wow. Von links. Oh, Hacker. Oh. Sie heult. Ich liebe es, wenn sie heult. Sorry. Es ist gerade so. Es ist ein Gefühl der Genugtuung. Es gibt einen brandneuen Level. Woohoo. Yeah. Oh. Mara. Und es ist ein Wett rein gegen meine... Hmm. Kekse. Okay. Ich mag dich wieder. Aber nur jetzt. Denn du bist jetzt in der... Dritten Welt. Ah ja. Dorfte Musik. Okay. Da habe ich nichts gegen. So als wenn ich es mal wiederholen muss. Aber das ist ein schönes Level. Eins meiner drei Lieblingslevel. Aber dennoch, Mara. Nicht übertreiben. Mara. Ist das eigentlich gerade Mara? Das ist kein Pokémon. Vorbei. Vielleicht schon. Mara. Das Renn-Pokémon. Typ. Normal. Kampf. Ja. Attacken. Äh. Tempo-Yeeb. Äh. Mara. Kannst du auch mal stoppen, bitte? Äh. Mara? Äh. Mara, geht's dir zu gut, oder was? Äh. Ich glaube, Mara kennt das... Bam! Durchschuss. Yay. Yay. Ich glaube, sie sich mal vor, wenn er sich eine Note einsammelt. Er sich. So. Ja, ein Stern. Will ich nicht. Will das Rennen gewinnen. Dafür gehe ich überleicht. Was? So. Wie schnell ist Mara, bitte? Äh. Mara, kennst du das Wort Pause? Ha! 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 Aber ernsthaft? Was war das für ein Level, bitteschön? Ich habe nix berührt oder so. Nix. Kein Fehler gemacht und hat dennoch knapp gewonnen. Ne, gut, war ein bisschen unfair, weil ich konnte ja bitte Hand aktivieren, aber... Ist doch egal. Puzzle. Rosa Puzzle. Was? Uraland? Ja, mach ich auch nicht schwieriger, Mara. Sonst mag ich dich mehr. Soll ich das mal nachschauen? Du auf der Musik war... Wenn das drei Sterne war. Oh Gott. Aber wir kommen wenigstens in die vierte Welt. Das ist ein kleiner Fortschritt. Und ich habe jetzt ungefähr neun Minuten gebraucht für die dritte Welt. Oh yeah. Das ist... Scheiße. Oh, natürlich mit Wasser. Na, muss ich durch. Schnell rüber, bevor es die Beschwemmung gibt. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Egal, ich schwörsche es hier einfach mal durch. Da, 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 da. Ja, toll. Nein. Nee. Sorry. Also, wenn das Level vorhin so knapp war, dann ist dieses Level noch schlimmer. Da darf ich hier gar keinen Fehler machen. Ja, komm, Neustart. Warum muss das immer so lange laden? Mann. So, 3, 2, 1, go. Ja, ich weiß, ich gehe extra noch einen Schritt zurück, damit ich ein bisschen mehr Anlauf habe von meinem Auto. Oh, 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 wow. So. Und fliegt. Oh, es reicht natürlich gar nicht. Naja, ich bin noch, ich bin noch in Führung. Ich bin mal nicht so vorlaut. Warum muss ich... Ja, was? Wieso hat er mich berührt? Schwimm, Kirby, schwimm. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja wohl euer Ernst, oder was? Was soll denn der Müll? Jawohl. Oh. Immer so knapp. Immer so knapp. Warum? Autsch, meine Füße. Es gibt einen brandneuen Level. Äh, 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 Marat, ich mag ich nicht mehr. Wir nehmen dir ein bisschen ein Beispiel an den Suchmix. Die wollen nicht mehr so oft spielen. Die sagen einfach mal, hey, Kirby, lass uns mal ein bisschen spielen und dann sagen sie, ja, einmal gespielt, das reicht uns, danke. Aber nee, sie muss sie übertreiben. Jedes Level braucht ein Rennen. Blub, blub, Ozean. Lass mich raten, die Delfinenverwandlung, mich hast nicht von Anfang an und ich darf ungefähr fünf Sekunden dafür verbrauchen, ne? Oder ich darf gar keinen Delfin spielen. Das wäre mir noch schlimmer. Jojo, Level. Ich darf nicht mal Delfin spielen. Nein, ich darf, ich darf nicht Delfin spielen. Aber natürlich, nicht einfach so, nö, nö. Aber weißt du was? Ich bin das Delfinkörb, ich bin jetzt schneller als alles auf der Welt. Yeah. Ah, durchgeruscht, durchgeruscht. Upsa. Und WEPPA, rüber. Und WEPPA, rüber. Nein, ich bin hier. Oh, ich muss da lang, nein. Mara hat mich gelinkt. Diese Linke, Linke. So. Nein. Bitte nicht. Ja, was? Natürlich kostet mich das nur noch drei Sekunden. Wey. No. Oh. Nein. Was? Das Wasser ist gegen mich. Nein. 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 Jeiss. Ja gut. Ich werde von allem getroffen. Vielleicht kommt noch ein Fussel und killt mich. Ernsthaft. Entreibe ich das Ziellinie von Mara. Äh. Wie ich Mara langsam wirklich hasse. Und zwar richtig. Ich weiß, ich sag's immer, ich hasse sie. Aber eigentlich kann ich ja keine Videokaraktere hassen. Aber Mara, einer der nervigsten Charaktere, einfach weil sie insgesamt 100-100 Videospiele hat oder noch mehr. Und wenn ich das, ja, fertig damit mache, will ich mal schauen, wie viele Videospiele die anderen haben. Weil, es kann nicht sein, dass die anderen weniger, äh, die jetzt die anderen mehr haben. Weil ich glaube, allein schon mit der vierten Welt hat sie schon mehr Level als alle anderen gehabt. Na, oh, nein. Achso, man kann sich befreien? Ernsthaft? Toll. Merke ich auch relativ spät. Danke, Spiele. Wow. Oh, bin noch gerettet. So. Durchruschen, durchruschen. Schnell. Schwimm. Oh, meins. Huh. Vierzehn Minuten um und ich hab. Kaum was geschafft bisher, geil. Es gibt einen Brandenlein Level. Oh, yeah. Oh, bitte lass sofort noch Cosmo landen. Reisen, bitte und ich bin vor ans Mikro geschlossen, tut mir leid. Du, du, du. Bekommen, Blub, Blub, Ozean. Ne? Stoffstrand, ja. Sieht doch sehr nach Strand aus, ja, nur blau. Hm, ja. Die Heiminsel, wir bleiben natürlich in der fünften Welt. Nein, vierten Welt, sorry. Vierte Welt. Das muss ich euch geben. Wir haben jetzt mehr als die Hälfte geschafft. Ja, ja. Oh, nicht das Level. Das war so nervig. Das sind so viele Geheimnisse. Oh Gott. Nanananananana. Ich muss hier unten lang. Und hier. Da, 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 da. Äh, ja, ich muss hier hoch. Und dann hier hoch und dann hier rüber, yeah. So. Läuft schon mal gut, aber ich sag mal nichts, denn... Man weiß ja, was dann passiert. Wohin, ich hab ja schon gedacht, das lag's gut, verdammt. Es glaubt, scheiße, jetzt muss ich mich anstrengen, yeah. Tö, 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 tö. Hier, tö, 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 tö. Tö, tö, tö. Totenköpfe. Piratenflange. Ja. Die Piratenflange ist ein bisschen anders aus mit einem Totenkopf drauf. Sieh, bitte, ozean. Ja, wir kommen nicht aus der vierten Welt raus. Geil, Leute. Geil. Ich freue mich ein Ast drüber. Hey, das ist so cool, ey. Voll geil. Nein, nicht. So, der ist gerade ein Delfin, 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 Delfin. Nein, natürlich kein Delfin. Wie soll ich die Kehren? Oh, nee. Die Verfolgung? Nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Ne, gut, Verfolgung wäre mir das relativ egal. So, die Stromschnellen werde ich benutzen, um ein bisschen voranzukommen, ein bisschen schneller. Oh, zu mir hat die Kabine etwas lange, weichere, 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 so. Oh, mit Delfin. Was, das war's? Wow, das wäre cool. Yeah, hat Spaß gemacht. Yeah, ich habe sie. Wie kannst du unter Wasser heulen? Das geht gar nicht. Also, was, noch mehr Wasser unter Wasser machen? Das geht doch nicht, Mann. Es gibt, man wollte es ja vielleicht sein, was er ins Auge bekommen. Ja, das ist nicht nur mein Problem. So, Tapete, wir bekommen. Tiefen des Ozeans. Blaues Tuch, ja, okay. Das wird schwieriger. Ja, wehe wenn. So, komm. Ja, wir kommen in meine Lieblingswelt. Mal schauen, wie sie diese vor uns tat. Und ich glaube, ich mache diese Folge sogar ein bisschen extra lang. Einfach mal, bis ich alle Minispiele durch habe. Glory, aber. Ich stehe jetzt eiskalt durch und ich will nicht noch ein Park mit Minispielen verbringen. Also, ich, äh, ja, das war schon mal klug. Oh, natürlich ruht sie sich auch hier aus, ne? Sie ist schlau. Oh, na, ja toll. Verarscht, verarscht, verarscht. Was spiel? Hallo, Chili. Äh. Ja. Äh, ja, ja. Da, 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 da. Äh, nö, das gewinne ich nicht mehr. Nö. Nö. Nö, nö, nö. Nö, aber es war knapp. Ich bin auch nur zweimal getroffen. Oh, nein. Oh, nein. Aber sie gewinnt, ja. Oh, nein. Sie gewonnen. Das müssen wir verhindern. Oh, boy. Wenn ich hier am Anfang nicht gefehlt hätte, ja, dann. So, hier warten wir. Mara, geh weg. So, warten. So, let's go. Racen. So, hier muss ich aufpassen, die waren... Nein. Raus. Nein. Mann, Kirby. Nein. Nicht fliegen, Kirby. Nicht fliegen. Ja, super. Ich komm nicht hinterher. Toll. Ja, ja. Was soll das? Wie kommt ihr an diesem Schneeball vorbei? Bitteschön, den hier. Ich kann Bock mehr. Ich mach Suizid. Na, na, na. Ich wollte auf Ja, aber ich hab nach unten gedrückt, weil ich das Stammvertacke machen wollte. Boah, ey. Ja. Revanche. Ja, ja. Ich hab schon 18 Level. Yo, 18. Wir sind erst in der fünften Welt. Das ist doch unglaublich. Ja, Ziel ist da. 3, 2, 1. Ich will einfach sofort losgehen. So, zack, zack. Wir müssen eh warten. So, hier rüber. Hier warten. Mann, mach das Auto, Kirby. Danke. Du, 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 du. Und bei den, die über dich rüber. Ja. Ja. Ja, natürlich. Natürlich hat er mich noch erwischt. Natürlich. Oh, ja. Genau wieder das gleiche Spiel von vorhin. Geil. Ich lass ihn nicht gewinnen, nö. Nö, 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 nö. Hast ihn nicht verdient, sorry. Die kann durch hier alles hindurch, durch die Schneebälle, durch alles. Warhack und so, ne. Ist ja voll cool, ne. Wenn man warhackt. Ja, ja. So, ich versuch's mal so. Ne. Spart keine Zeit ein. Du, 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 du. So. Mach es gleich so. Und du machst gar keinen Schneeball. Und schnell. Oh, diesmal hab ich es geschafft, oder? Wenn ich jetzt nicht runterfalle? Ja, geschafft. So. Genugtuung, sie heult. Eigentlich müssen wir es jetzt eigentlich, weil es so ein Kirby-Spiel ist, eigentlich Eis... Äh. Eiswürfe sein, die sie heult. Naja. Hey, es gibt ein paar neue Level. Ich bin fläufein, yeah. Da fang er zu weinen, Kleiner. Hey, ich hatte den Gratulieren, der Kirby-Tapete. Booms. Eisstern. Glitzerstern. Schneesturm. Also ich muss sagen, die Tapete ist ziemlich komisch. Es ist ein Stern drauf und du singst ein Schneesturm, also... Wie möglich wird... Oh. Also, ein Self-Scrolling-Level als Rennen. Also, Self-Scrolling in eigentlichen Sinne. Man kann ja... Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Oh, ich muss jetzt noch eine Tür eröffnen. Ne, toll. Du, 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 du. Oh. Durchflaschen. Oh, das ist natürlich eine super Abkürzung. Oh. Ja, sie wut sich aus. Viel zu kurz eigentlich. Ja. Wie sie doch alles hindurch darf. Unfair. So. Stamm-Battacke. Meins. Ja, jetzt kommen sie von links. Mhm. Ist klar. Mhm. Ja, ja. Wir haben sie von links gekommen. Jetzt hat es war eine Wand. Oh, Herr Karin. Es gibt einen Brandenwein-Level. Leute. Ich bin gleich halt zu weiden. Jetzt warte ich gratulieren. Äh, wir bekommen einen roten Faden, ne? Ekelmuster. Du bist ein Ekelmuster. Oh, bitte. Let's sex the world. Hey, was ist los mit Mara? Wollte sie in ihrer Kindheit geärgert oder sowas? Muss sie ihre Frustration als an Kirby rauslassen oder was? Ich meine, sie verholt mir meine Lieblingswelt. Meine Lieblingswelt. Ich bin der Schlitten, aber schön. Na, toll. Aber dennoch freut's mich grad nicht. Oh, verdammt. Oh, ja, ja. Nein, nein. Oh. Ja, nee, 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 nee. Dadurchschwimmen, das braucht zu viel Zeit. Das sind Haie, wie auch immer die im Eiswasser überleben können. Naja. Das sind Garnhaie, die überleben das schon. Wee. Wee. So, oben lang. Niu. 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 Autsch. Ah. Wow. 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 Niu. Oh, verdammt, ich muss so hoch. Ah, nein. Ah, Ziellinie. Ah, meins. Kirby. Oh, ich wollte schon sagen, Kirby. Hey. Hallo, Chili. Party. Oh, sorry. Ups. Das wollte ich nicht. Es gibt einen neuen Level. Oh. Oh. Es ist einfach viel zu viel auf einmal, Leute. Es ist zu viel. Willkommen, lass mich raten. Eisratie ist da drin. Frostfadenheim, ja. Und wenn ich die Tapete von Frostfadenheim bekommen, dann komme ich doch jetzt in die sechste Welt, oder? Ja, die Stadt der Zukunft. Oh, ja. Es ist ein Fortschritt, Leute. Wir haben 24 Minuten bereits aufgenommen und kommen jetzt in die sechste Welt. Oh. Mara, warum? Warum tust du sowas? Warum tust du sowas? Warum tust du sowas? Warum tust du sowas Fieses? So, ich brauche hier ein Waddle, das weiß ich noch. Oder? Ja. Dafür. Nee, da werde ich nicht lang. Das wäre... Das ist keine Abflug, so. Äh. Was? Ich hab's schon nicht... Okay, schnell... Huh. So. Schnell rüber. Waddle die einen Sacken, denn da waren... Äh. Ja. Äh. Äh. Waddle die ist... Nein. Äh. Nein. Ich muss da hoch. Äh. Geschafft. Waddle die knuffen. Knuff. Äh. Waddle die. Waddle die. Und Mara weint. Mir gefällt's. Es gibt einen brandneuen Level. Hahaha. Also so ein Level braucht ungefähr zwei, drei Minuten. Hm. Oder eine Minute, je nachdem wie es gut läuft. Und wie kurzes Level ist. Oder der Abschnitt. Lass mir raten, das ist... Denim. Wat? Und wenn ihr gerade im Zug gehört habt, ich habe das... Fenster offen. Stromhausen. Geil. Ladevorgang. Bitte warten. Boah. Ey, dieses super süße Spiel, das wird gerade so nervig gerade. Aber so richtig. Boah, verdammt. Die Musik ist aber schön. Nein, geht nicht. Nein, warum fahr dich da runter? Warum? Ich habe ich eh verloren. Wetten. Oh, ja. Ja. Apa. Nein. Boah, ey. Wie flink der ist. Nein, nein, nein. Ja, toll. Ich kann nicht fliegen wie du, Mara. Das ist unfair. Cheetah. Blamebob. Mann. Nochmal versuchen. Ja. Wie gesagt, du hast einmal getroffen, ja. Jetzt kannst du das knicken, ey. Und ich weiß noch von der letzten Welt, also Dreamland wird ja die letzte Welt sein. Das ist ja eigentlich offensichtlich, ne. Ähm. Sind dann auch noch einige nervige Minispiele dabei. Aber. Nicht nur von Mara. Nicht nur von Mara. Ich glaube auch Bicepid hat ein ziemlich nerviges Level gehabt. Aber das alles zu seiner Zeit dann. Ähm. Ausweichen und deaktivieren und jetzt durch. Einfach nur nicht durch. Und aktivieren. Geil. Also, siegen. Die Schere kommt nicht nach. Es gibt einen brandneuen Level. Ich will jetzt die Anzeige nicht mehr lesen. Ich denke mal, wir bekommen kein Level mehr, wenn sie dann uns die Kosmoland-Tapete gibt, ne. Hey, ich sollte dir gratulieren. Ja, danke. Wir bekommen Weltall, Sterne, Sternsturm, Kosmoland. Ah. Moment, nee, halt. Das geht gar nicht. Sie hat noch ein Level. Wie geht denn das? Mann. Willst du mich verarschen? Sternerle. Bitte, lass es das Abschlusslevel sein. Das wäre so gut. Und ich nehme so 27 Minuten. Aber ich glaube es dir selber nicht. Das wird lange Rändern werden. Lange Rändern werden. Das wird lange Rändern müssen. Nee, halt. Das wird auch kein Sinn. Ach, egal. Mach ich hier als über Nacht. Obwohl, naja. Über Nacht ist gut. Wenn ich die Päte nicht brauche, so muss ich sagen. Aber das ist meistens über Nacht. Egal. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ein Dirigent. Ein Speerigent. Ja, ein Speerigent. Oh. Wie schön. Noch mit Kometen. Die, die mich noch schaden können. Und drei Sekunden abzocken können. Oh. Du schaffst es, Kirby. Oh, gut. Oh, je. Oh. Kirby. Ich muss hier lang. Ja, ich muss hier lang. Oh. Geschafft. Ja. Bitte lasse ich das letzte Level sein. Bitte, 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 bitte. Mara. Du musst wissen, wann Schluss ist. Oh, Mara. Sie ist zur Besehnung gekommen. Halleluja. 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 Mara ist zur Besehnung gekommen und hat endlich keine Levels mehr. Wir bekommen Sternallee. Galaxie. Na ja, war ja dasselbe. Oh, du musst. So, jetzt will ich mal was nachschauen, so. Du hast 24 Level, also Minispiele. Das muss ich noch nachschauen, Leute. Ihr könnt von mir aus dem Part schon abwenden, weil ich werde es nur noch nachschauen, wie viele die anderen haben. So, 24 hat Mara. Ladevorgang, bitte warten. Yeah, yeah, yeah. Du hast nur 14, ja. Na ja, gut, bitte, Peter ist relativ spät zugekommen, aber, ne? So, dann wollen wir mal bei den Medals schauen. Hucke Paula. Ladevorgang, bitte warten. So, du hast 12. Ha, seht ihr? Seht ihr? Mara übertreibt es einfach. Maßlos. Mara los. Maßlos, Mara los. Ladevorgang, bitte warten, bitte warten, bitte warten. Und hier sind es 13 Level. Seht ihr? Mara übertreibt es. Sorry. Hey, 24 Level. Davon bin ich in 2 ausgerastet, aber richtig. Also in einem richtig ausgerastet in der Wüstenwelt. Sorry, Leute, nochmal da, färb egal. Aber ich würde sagen, Leute, ich würde sagen, das war's dann. Von Kirby und das magische Garn von heute. Du hast nur 16 Level gehabt, das gefällt mir. Im nächsten Part werden wir dann Dreamland erforschen. Und ich hab viel zu lange aufgenommen. Das ist krass. Und ja. Ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal bei Kirby und das magische Garn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.